Hallo liebe Audio-Freunde, ich werde euch heute mal in diesem Tutorial ein paar ganz persönliche Akustikmaßnahmen in meinem Raum vorstellen, die ich hier getroffen habe, um auch mal ein bisschen Alternativen aufzuzeigen zu den klassischen Absorberpanelen, die es so in dem typischen HiFi-Handel gibt, die auch rein oft auf Absorptionswirkung aus sind und hoffe, dass ich euch damit ein paar Inspirationen und Anregungen geben kann für eure ganz persönliche Ausstattung eures Hörraums. Ihr seht hinter mir nun meine Absorptions-Elemente, mit denen ich die Vorder- und Rückwand, ja nicht tapeziert, aber bepflastert habe. Das sind Elemente der Firma Lignotrend und das Besondere ist daran, dass sie eben keine reinen Absorber sind, sondern dass durch diese Holzoberfläche, man sieht ja, da sind so Schlitze auch drin, die sind dann auch in unterschiedlichen Varianten und Größen erhältlich, dass man immer eine Art Diffusion auch hat und dass das Ganze dann nicht totgedämpft oder einfach zu einseitig absorbierend wirkt. Von daher finde ich diese Kombination immer ganz gut. Es gibt im Übrigen auch solche Diffusionsabsorber, auch als einzelne klassische Elemente in der 60x60 Größe, wie man sie ganz oft findet. Ich würde euch nur raten, dass dieses Prinzip eben Absorption plus Diffusion aus meiner Sicht immer mehr positiven Effekt hat, als wenn man alles mit jetzt zum Beispiel Basotect tapezieren würde. Da läuft man dann schon Gefahr, dass das Ganze vielleicht totgedämpft wirkt und dass der Raum dann sozusagen auch ein Stück weit sein Leben verliert. Also wie gesagt, das sind Alternativen zu den Einzelelementen. Muss man natürlich wissen, dazu sind bauliche Eingriffe nötig. Da ist also so eine kleine Holzständergeschichte drunter, dass die mit einem bestimmten Abstand montiert werden. Kann man sich aussuchen, so 10 bis 15 Zentimeter reichen dort schon. Dahinter ist dann noch so eine dünne Hanfschicht untergebracht. Aber der Vorteil ist, ich kriege dann wirklich eine wahnsinnig schöne breite Absorptionswirkung, ich sage mal von einem Frequenzbereich von 200 Hertz bis in die entsprechenden Höhen. Und das ist dann schon sehr, sehr ausgewogen und von daher ist es ein Element für den sehr breitflächigen Einsatz. Also auch zum Beispiel sage ich immer, man kann seine Zimmerdecke mit so einem Ding zumachen. Dann noch schöne Deckenstrahler oder Spots reinbauen und dann hat man ein wahnsinniges, tolles, wohnliches Element in den Raum reingebracht und hat der Akustik wirklich viel, viel Gutes getan. Ja, wir stehen hier vor ganz besonderen Diffusoren, was nicht ganz richtig ist, denn die laufen zwar unter Diffusoren, sind aber auch in einem bestimmten Frequenzbereich Absorptions-Elemente. Und die stammen von der Firma RTFS aus Deutschland und sind aus einem besonderen Material und dann eben mit einer dünnen Lackschicht überzogen und heißen SIRRAH. Also S-I-R-R-A-H. Ich habe auch ein paar Infos auf meiner Webseite dazu untergebracht. Diese SIRRAHs haben die Besonderheit, dass sie unter 200 Hertz absorbieren, also im Bassbereich sozusagen und dann im Mittelhochtonbereich den ganzen Schall diffundieren. Und gerade diese Kombination ist, denke ich, relativ gut und sinnvoll, vor allem, wenn man an die Wand hinter den Lautsprechern denkt. Man kann die SIRRAHs aber auch, wie ihr es hier bei mir seht, bei mir sind die ja in meinem Hörraum, weil ich bei der Planung eben die noch nicht gekannt habe, sonst hätte ich da kein Fenster hingemacht zwischen den Lautsprechern. Deswegen habe ich sie an der Seite, aber auch das ist ein schöner Ort, um die unterzubringen. Und natürlich auch hinter dem Hörplatz sind solche Diffusoren besonders gut geeignet. Ja, die SIRRAHs gibt es. Man sieht hier jetzt eine Sonderfarbe in so einem bestimmten Beige, damit es zu meinem Holz am besten passt. Die gibt es in vier Standardfarben. Ich glaube Rot, dann gibt es so einen Grauton, Schwarz und Weiß. Es sind aber auch beliebige andere Rallfarben möglich, allerdings, und das ist der Nachteil, dann muss man eine relativ große Anzahl von diesen Teilen abnehmen. Also von daher Vorsicht, das geht glaube ich erst ab 20, 24 Stück oder irgendwas. Genau, also bei mir sind auf jeder Seite hier zehn Stück untergebracht an der Seite und das Schöne ist, dass man wirklich bei diesen Diffusoren den klanglichen Effekt sehr, sehr schnell und eindeutig nachvollziehen kann. Das heißt, was diese Diffusoren bewirken oder vielleicht auch gerade diese Kombination zwischen Absorption und Diffusion, ist, dass es tatsächlich eine Zunahme der räumlichen Abbildung ergibt. Dass das Ganze lebendiger, räumlicher, dreidimensionaler klingt. Und von daher ist es tatsächlich eine Art auch positives Sounding, das man mit diesen Elementen herstellen kann. Viel, viel mehr als mit klassischen Diffusoren, die ich so kenne. Ja, dieser Diffusor hier stammt von Acoustic Manufacture, das ist eine Firma aus Polen, die, und das ist das Tolle daran, solche, ja ich nenne es mal Kunstwerke tatsächlich, auch nach Maß anfertigt. Und diesen Diffusor, der heißt, glaube ich, Skyscraper, den gibt es einmal aus Kunststoff, also das ist ein Kunststoffmaterial, ein spezielles, das dann auch beliebig lackiert werden kann, in der Rallfarbe, wie man es gerne möchte. Und der Vorteil ist, die Dinger sind dann auch mit der, dank des Kunststoffmaterials etwas leichter, als das Pendant des Skyscrapers, das es nämlich in verschiedenen Vollholzarten gibt. Und dann wiegt so ein Teil locker mal, ja, also in der Standardgröße, glaube ich, 180 mal 180, kommen die dann auf, glaube ich, 300 Kilo. Und da wird es dann schon, wird es dann schon anstrengend. Diese hier haben noch einen Vorteil aus meiner Sicht, also die aus Kunststoff, die wirken nämlich in einem anderen Frequenzbereich als die aus Holz. Und zwar wirken die so circa ab 600, 700 Hertz, also relativ spät, obwohl die Tiefe mit 14 Zentimetern jetzt nicht allzu klein ist. Und gehen aber dann hoch bis in den Bereich, ja, in die Zehntausender Herzregion, ich glaube so bis 13, 14.000 Hertz hoch, wenn ich mich richtig erinnere, wirken die. Wenn man sich so klassische Vollholzdiffusoren anguckt, also solche jetzt quasi, mit einem Holzmaterial, dann würden die einen tieferen Einsatzbereich erst mal haben, also die wirken dann so schon ab 300 Hertz, gehen aber dann nicht so weit hoch. Also die gehen dann, wirklich gute Wirkung haben die dann bis in die oberen Mitten, aber eben nicht lang nicht so weit, wie dieses Material hochgeht. Und das ist natürlich dann je nach Hörraum, je nach sonstiger akustischer Ausstattung, auch ein Kriterium, nach dem man solche Diffusoren auswählen sollte. Ich persönlich finde es gerade, wenn hinter dem Hörplatz die Höhen auch noch besonders diffundiert werden, ein sehr angenehmes, einen sehr angenehmen Effekt. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen dann Geschmackssache. In jedem Fall sind solche Diffusoren, finde ich, auch wirkliche Kunstwerke. Von daher ist es jetzt nicht nur ein für mich klangliches Element, sondern es ist auch wirklich schön anzuschauen und ist ein Blickfang in jedem Raum. Von daher ziehe ich solche Dinge, wie auch die angesprochenen Syrah-Diffusoren, diesen ganz klassischen, ja, ich nenne sie mal diese Kästchen oder diese Schachtelkästen, die da oft angeboten werden. Also da würde ich sowas vorziehen. Ich sitze jetzt hier vor meiner Schräge an der Seite sozusagen und, man sagt, glaube ich, irgendwie Kniestock und so weiter. Und den habe ich damals, nachdem der am Anfang mit so einer Trockenbauwand zugemacht worden ist und das verdammt schlechte Auswirkungen auf die Bass-Performance hatte, nochmal rausgerissen und habe das Ganze quasi offen gestaltet und habe da jetzt quasi nur so Elemente drin, die mit Stoff überzogen sind. Und hinter diesen Elementen habe ich in den hinteren Ecken, also da, wo ich mich jetzt gerade befinde, ein neues Material entdeckt, das hervorragend wirklich funktioniert für eine Bassabsorption, Nachhallreduktion im Bass und zwar eben nicht wie die üblichen, die dann halt irgendwo bei 120, 100 Hertz spätestens Stopp machen, sondern die wirklich effektiv bis in einen Bereich um die 40, 30 Hertz wirken. Und das ist was ganz Besonderes. Und das Geheimnis ist, dass man hier Materialien verwendet, die einen geringen Strömungswiderstand haben und die natürlich mit einer entsprechenden Dicke einsetzt. Also ich würde mal sagen, so ab 80 Zentimeter drunter braucht man da nicht anfangen, aber man wird dann wirklich belohnt, dass selbst in diesen tiefen Lagen ein absolut sauberer Bass mit wenig Nachhall erzeugt wird. Zweiter Nachteil ist, man braucht relativ viel davon. Also ich habe hier, glaube ich, über 5 Kubikmeter verbaut und natürlich über die Schrägen relativ gut unterbringen können. Man kann aber auch, das hört sich jetzt erstmal viel an, wenn man in den Raumecken hinten sowas einfügt und dann zum Beispiel mit so einem Holzelement, wie man vorher gesehen hat, in den Ecken zumacht vorne, dann hat man die gleiche Wirkung, wenn man da entsprechend größeren Platz einplant. Und es ist wirklich, ich kann es nur raten, erstaunlich, was da Richtung Bass-Performance nochmal verbessert werden kann. Also das, wie gesagt, ein Tipp, was das genau für Elemente sind und wie man sich die ganzen Absorptionen auch grafisch anschauen kann im Internet. Dazu habe ich noch ein Experten-Tutorial gemacht, das ich euch ans Herz legen kann. Zum Schluss noch eine bauliche Maßnahme, die man bei der Erstellung eines Dachstuhls berücksichtigen kann, wenn der mal für Hi-Fi und Heimkino verwendet werden soll. Und zwar kann man dann bei diesem Sparren hier bestimmte Lücken lassen. Also sprich, dahinter befindet sich ja dann die Dachdämmung. Und man sagt eben zu den Handwerkern, montiert die bitte nicht wie üblich, die Sparren so direkt aneinander, sondern lasst da immer Luft, so ein Zentimeter oder auch, keine Ahnung, ein Zentimeter und eineinhalb Zentimeter im Wechsel. Da kann man ein bisschen spielen. Und das sind dann sozusagen ganz natürliche Absorber auf einer großen Fläche, die durch das, dass es ja durch diese schmalen Schlitze nur passiert, das Ganze nicht tot klingen lassen, sondern auch wieder lebendig klingen lassen. Aber ich habe eben auch hier bis in den Bassbereich eine sehr breitbandige, allgemeine Nachhalloptimierung. Das kann man natürlich nur machen, wenn man das Ganze neu erstellt. Ich bin froh, dass ich den Tipp gleich zu Beginn hier bekommen habe und das berücksichtigen konnte. Von daher, wenn ihr sowas neu baut, dann wäre das ein Kompromiss. Und wenn man dann so ein schwarzes Vlies verwendet, dann schaut das auch wirklich ganz gut aus. Beziehungsweise fällt gar nicht auf, dass das eine spezielle Akustikmaßnahme ist. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps dabei, mit denen ihr was anfangen könnt, die ihr vielleicht für euren eigenen Hörraum anwenden könnt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein tolles akustisches Erlebnis. Bis bald!